Beim neuen Video mit Broker IQ Option, ich halte 60 Sekunden bis 2 Minuten, mein Starttrade beträgt hier 2000 US-Dollar. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade im Metatrade nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung der Tagesnews und meinen Indikatoren. Aktuell habe ich drei Forex Trades laufen, die deutlich im Gewinn sind, wie man hier sieht. Wer sich für meine Forex Ausbildung interessiert, der findet näheres hier auf meiner Webseite. IQ Option übrigens auch ein Demokonto, wie man hier sieht. Dieses nutze ich aber nicht. Ich trade im Echtgeld. Out US-Dollar, hier steige ich ein. Sollte ein Verlust enden, steige ich nochmal ein. Spätestens beim dritten Mal ist dieser im Gewinn. Wenn man alle Punkte meiner Strategie berücksichtigt, beachtet. Aktuell ist er knapp im Gewinn. Aber es ist noch etwas Zeit, da kann noch viel passieren. Der Markt ist aktuell sehr volatil. Das wird eine knappe Angelegenheit. Aber gewonnen, das ist die Hauptsache. Ich suche einen weiteren Trade. Vielleicht gehe ich auch nochmal hier in US-Dollar, Out US-Dollar rein. Mal sehen, wenn er nochmal etwas sinkt. Okay, das sieht gut aus. Hier gehe ich nochmal rein. Sieht aktuell gut aus. Zumindest noch. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Adios.